Mein Name ist Klaus Riem, ich bin Pre-Sales Engineer bei der SAP und habe die Freude dieses Webinar zu unserer neuen Version BeFollow vom SAP SESAM zu halten. Dann beginnen wir einfach mal mit den wichtigen Themen. Natürlich enthält so eine neue Version immer ein ganzes Bündel von neuen Funktionen, kleinere Dinge, größere Dinge. Nichtsdestotrotz gibt es auch aus unserer Sicht insbesondere Themen, die irgendwie strategisch sind, relevant, besonders relevant fürs Business. Das sind nicht immer die größten, aufwendigsten Implementierungen, aber die haben einen gewissen strategischen Wert und diese Funktionen, die haben wir hier jetzt auf diesem Slide zusammengestellt, aus diesem Grund auch Hot, Hot, Hot. Das ist ganz wichtig für unser weiteres Geschäft. Da steht natürlich gleich an erster Stelle bei uns die Integration in die HPE-Welt, Zugriff auf die HPE Store Ones, die D2 Appliance der HPE, über das Catalyst API. Da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Als zweites haben wir hier den Proxmox Hypervisor. Wie die meisten von euch ja schon wissen, haben wir einen echten Schwerpunkt beim Thema Hypervisor Backup. Wir unterstützen schon sechs verschiedene Hypervisor mit Online-Snapshot-basiertem Backup der VMs. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier einen siebten Hypervisor mit aufgenommen, Proxmox, wo tatsächlich draußen wir feststellen, dass die Nachfrage stark zunimmt. Insofern ist das für uns auch tatsächlich strategisch. Ja, dann haben wir hier das Thema Citrix Hypervisor. Jeder weiß den alten Namen Citrix Xen-Server. Das hat Citrix jetzt geändert in Citrix Hypervisor, wahrscheinlich um hier ein bisschen den Markttrends zu folgen. Und da waren wir ja schon immer als SAP sehr stark im Citrix-Umfeld und haben da auch einige sehr gute Funktionen schon mit dabei gehabt. Zum Beispiel waren wir ja eine der ersten, die schon mit Cola jetzt mit der letzten Version das Incremental Backup vom nativen Change-Block-Tracking unterstützt haben. Und trotzdem haben wir hier jetzt noch weitere Funktionalität dazu gebaut, nämlich den Single-File-Restore aus dem Backup mit gemounteten virtuellen Discs. Und das ist natürlich ein echter Mehrwert, um hier im Citrix-Umfeld weiter wachsendes Geschäft zu generieren. Ja, dann haben wir natürlich immer unser Dauerthema. Das ist unser GUI und das Web-UI und alles, was mit Oberfläche zu tun hat. Und da möchte ich dann auch zeigen, dass wir doch viel auf unsere Kunden und auf unsere Partner hören und versuchen, hier Dinge umzusetzen, um hier einfach den aktuellen Markttrends zu folgen. Ja, und dann zu guter Letzt ein echter Hammer, der jetzt tatsächlich total neu ist, quasi, dass wir jetzt auch Office 365 Cloud-to-Cloud-Backup anbieten können und noch einiges mehr an Cloud-Applikationen, wie man jetzt hier schon erahnen kann. Da werde ich dann am Ende nochmal ein bisschen drauf weiter eingehen. Das sind so die wichtigsten strategischen Themen im Überblick, was wir alles so eingebaut haben. Mache ich das hier mal alles auf. Da steht natürlich das, was ich eben als strategische Themen schon erwähnt hatte. Aber weiterhin natürlich einiges anderes, was ich auch teilweise dann jetzt in den nächsten Folien noch anreisen werde. Hier das Domino-Thema ist immer wieder wichtig für uns, da ja andere Marktbegleiter gerade dabei sind, hier den Domino-Support abzukündigen. Sind wir eher dabei, das noch ein bisschen aufzubauen, denn tatsächlich wechseln die Kunden ja gerne mal ihre Backup-Software. Also viel lieber, als dass sie ihren Collaboration und Mailing-Tool wechseln wie Domino, so als ein Beispiel. Wir haben hier aber auch Themen wie zum Beispiel den VMware-Sandbox-Restore, auch eine Forderung aus einigen Projekten, insbesondere wenn es darum geht, Veeam abzulösen, kommt es immer mal wieder auf den Tisch und dann haben wir da tatsächlich jetzt auch was getan. Ja, so sind einige Themen, die wir dann eben jetzt auch ansprechen können. Ja, fangen wir mit der HPE Store Once an. Um was geht es da eigentlich? Und Hintergrund ist tatsächlich eine HPE-Partnerschaft, die wir eingegangen sind, die ja tatsächlich auch beidseitig ist. Die HPE hat gerne eine Zusammenarbeit mit uns und wir mit der HPE. Was ist da jetzt die Motivation dahinter, fragen wir uns. Und zum einen natürlich unsere Partnerschaften, die wir haben. Wir haben ja schon immer starke Partnerschaften gehabt mit den entsprechenden Herstellern, mit SUSE, mit Red Hat haben wir eine gute Partnerschaft. Aber insbesondere wichtig hier ist natürlich unsere starke SAP-Partnerschaft. Da haben wir schon länger den Fokus drauf, wie man in vielen Webinaren auch schon mitgekriegt hat. Und HPE ist ja noch immer heute quasi der Marktführer, wenn es darum geht, Server für SAP-Umgebungen zu verkaufen. Und insofern braucht HPE natürlich auch einen starken Partner im SAP-Umfeld. Das ist essentiell wichtig für die HPE. Und nachdem natürlich jetzt der Data Protector irgendwie der HPE verloren gegangen ist an einen Mikrofokus, ist da natürlich Luft für neue Partnerschaften. Und da stehen wir natürlich gerne bereit, der HPE zu helfen in diesem Umfeld. Insbesondere ist das auch ein Eigeninteresse von uns, denn die Data Protector-Kunden sind nicht alle zufrieden mit Mikrofokus und ihrem Produkt und der Zukunft. Die Support-Matrix hängt ein bisschen hinterher. Kein SLS 15, kein REL 8 und so weiter, was bei uns ja alles schon mit dabei ist. Und insofern haben wir im Moment doch einige Projekte auch auf dem Tisch, wo es um eine Ablöse von Data Protector geht. Und das ist ja insbesondere dann im HPE-Umfeld. Und es ist tatsächlich so, dass die Data Protector-Kunden oftmals das gesamte Hardware-Portfolio der HPE haben. Und da uns als Backup-Software ja im Prinzip die Serverlandschaft egal ist, für uns ist ja nur das Betriebssystem wichtig, mit dem wir sprechen. Aber im Backup-Target-Umfeld ist da auch oftmals eine Store-Once und die dann eben nicht nur als VTL oder NAS-Device angeschlossen, sondern eben über den Catalyst, dieses spezielle Interface. Und insofern war das quasi die letzte Lücke für die SAP, um hier der beste Ersatz für den Data Protector zu sein. Insofern haben wir hier dann eben auch die Catalyst-Interstützung gemacht, was ja auch interessant ist für die HPE. Je mehr sich die Produkte, die Partnerprodukte um ihr Portfolio kümmern und sich da integrieren, desto besser ist das auch für den Portfolioverkauf der HPE. Und dann kommt als letztes dann noch mit dazu, dass wir als SAP, als deutscher Hersteller natürlich auch dafür garantieren, dass wir keine Backdoors drin haben. Da schlägt dieses BSI-Compliance-DSGVO-Thema zu und da die HPE natürlich auch im europäischen Umfeld und da auch vielfach im Public-Sektor oder den öffentlichen Auftraggebern unterwegs ist, ist natürlich so eine Partnerschaft mit einem deutschen Hersteller tatsächlich ein wichtiger Punkt. Und das sind so die Gründe für diese HPE-Partnerschaft und für uns dann eben auch der Grund, uns da tiefer in die HPE-Landschaft zu integrieren. Nun, was macht der Catalyst? Ich meine, die HPE Store-One selber ist eine D-Tub-Appliance. Jeder kennt die am Markt verfügbaren D-Tub-Appliance. Es ist ganz egal, ob das eine Data Domain ist oder eine Fujitsu CS800 oder eine DXI von Quantum und so weiter. Und in dieser Reihe gehört eben auch die HPE Store-Once rein und kann da auch komplett neutral wie jede andere D-Tub-Appliance von uns angeschlossen werden. Wenn es Fiber Channel oder IceCase ist, dann werden wir das als VTL anschließen. Dann ist das für uns eine reale Library und komplett transparent, dass es nur virtuell ist. Oder wenn es im NAS-Umfeld ist, dann das Ganze als NAS-Target anzuschließen über ZIFs oder NFS. Macht dann transparent im Hintergrund die D-Duplizierung. Und das sind Dinge, die können wir eigentlich schon immer auf die Art. Und da sind wir auch schon bereits auf der HPE-Support-Matrix mit unserer Zertifizierung mit drauf. Kann man nachlesen auf den HPE-Seiten. Ja, und der nächste Schritt ist natürlich jetzt der Catalyst. Wozu braucht man den Catalyst? Der Catalyst ist quasi ein Modul, um hauptsächlich die D-Duplizierung von der Store-Once-Appliance auf den Backup-Server oder den Remote-Device-Server, also den Media-Agenten auszulagern, um hier über die D-Duplizierung die Datenmenge zu reduzieren, die an die Hardware übertragen werden muss. So kann man auch schön über Warn in eine Zentrale wunderbar rein Backup machen, weil einfach die zu übertragende Datenmenge durch den Catalyst reduziert ist und dieses eben diese Bandbreiten-Optimierung gibt, sodass man auch über Warn arbeiten kann. Und gibt natürlich auch entsprechend Performance, wenn die Datenmenge reduziert ist. Performance beim Backup ist natürlich immer wichtig. Ja, die Catalyst-Funktionen, wie wir es implementiert haben, das ist eine ganze Reihe. Ich möchte gar nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen. Wichtig ist zum einen, dass natürlich wir alle unsere Backups da drauf machen können, ganz egal welches Modul das ist oder Full-Ink-Diff, was halt alles so verfügbar ist. Wir können das nutzen. Ist auch egal, ob der Backup-Server auf Linux oder Windows ist. Wir tun dann einen Catalyst auf der entsprechenden Plattform. Der ist mit eingebaut in unsere Pakete und wir können die Schnittstelle nutzen. Und das funktioniert im LAN wie im SAN wunderbar. Die wichtigen Punkte hier die HPE-Zertifizierung. Da sind wir im Moment gerade dran mit dem HPE-Lab in Houston, sodass wir da die Zertifizierung machen. Und dann eben auch auf die HPE-Zertifizierungs-Matrix, auf die Support-Matrix der Software-Once mit drauf kommen. Eben nicht nur im VTL- und NAS-Bereich, sondern eben auch mit unserer Catalyst-Lösung. Und zu guter Letzt, wichtig auch, wir haben den VMware Single-File Restore implementiert und Instant Recovery. Das ist eine Funktion, die ist ja bei uns schon mit drin im Sesam. Egal ob von Native Disk Storage oder auch von unserer eigenen SE3-Deduplizierung, können wir schon immer den Single-File Restore machen und einfach mounten aus dem Backup-Target und in den gemounteten VMDK in den virtuellen Disks drin brausen und einzelne Files rausziehen oder Instant Recovery machen. Und das geht ja bei uns über so eine virtuelle Schnittstelle, einen VFS, Virtual-File Service Layer, der da mit drin ist und genau diesen haben wir auch hier angepasst, damit wir auch aus der Store-Once mounten können und da wie gewohnt Single-File Restore draus machen für VMware VMs. Tolle Funktionalität, auch ganz wichtig, wenn man hier eben VMware Backup über den Catalyst auf die Store-Once macht. Es gibt auch noch Store-Once eigene Funktionen, die man in der Store-Once auf der Konsole verwalten kann. Verschlüsselung einstellen, sodass die Daten verschlüsselt sind auf der Store-Once oder Bandbreiten-Limitierung angeben und solche Themen sind auch alle nutzbar. Diese Funktionen sind für uns als Backup-Software im Prinzip vollkommen transparent und nutzbar. Insofern nutzen wir schon einen großen Bereich der Store-Once und auch von diesem Catalyst-API, das ja wirklich auch sehr, sehr mächtig ist. Ja, zum Thema virtuelle Umgebungen gibt es natürlich auch einiges zu erzählen. Dieses Slide hat vielleicht der ein oder andere schon gesehen von euch. Selbstverständlich unsere Stärke, viele, viele Hypervisor zu unterstützen. Warum ist es sinnvoll? Zum einen natürlich geht der Trend oftmals, gerade bei Service-Provider, weg von VMware hin zu Open-Source-Hypervisor, um wirklich Geld zu sparen, weil VMware sich seine Lizenzen doch mittlerweile auch gerne bezahlen lässt, teuer bezahlen lässt. Und insofern gibt es dafür einen Trend. Das Zweite ist, es ist auch ein Trend hin zu Multi-Hypervisor-Umgebungen. Das heißt, ich mache meine Produktivumgebung mit VMware, aber alles, was Test und Development ist, nehme ich irgendeinen günstigeren Open-Source-Hypervisor. Und da ist man dann eben auch mit dem SES am besten aufgestellt, alles mit sichern zu können. Und das dritte Thema ist natürlich, wie immer, SAP. Ihr habt es euch fast gedacht, früher durfte man SAP-virtualisiert nur auf VMware laufen. Mittlerweile sind auch andere Hypervisor zertifiziert. Ja, REF war einer der Nächsten, der zertifiziert ist. Und ja, da wird auch noch mehr dazukommen. Und insofern haben wir jetzt auch schon die ersten Referenzkunden, die SAP auf REF als Hypervisor am Laufen haben. Und die sind natürlich ganz glücklich, wenn sie eine Lösung wie den SAP Sesam haben, der einerseits SAP als Stärke hat, Backup der Datenbank, aber gleichzeitig auch den darunter liegenden Hypervisor-Snapshot-basiert das Betriebssystem für Disaster-Recovery-Zwecke auch mit wegsichern kann. Also das ist dann einfach diese kombinierten Vorteile. Man sieht ja auch beim Citrix-Thema dieses XCP-NG. Also das ist auch was ganz Neues gewesen für uns, da haben wir jetzt gerade die letzten Wochen ganz plötzlich mehrere Anfragen auf dem Tisch gehabt. Und wenn man nachschaut, ist das quasi so ein Open-Source-Fork des Citrix-Hypervisors, der aber interessanterweise dieses komplette Backup-API enthält, was auch der Citrix-Hypervisor enthält. Insofern haben wir angefangen, hier bei uns im Hause Regression-Tests zu machen und das Ganze läuft einwandfrei. Und insofern haben wir das auch sofort aufgenommen in unsere Support-Matrix, so dass nicht nur der Citrix-Hypervisor, sondern eben auch XCP-NG, also New Generation, hier mit unterstützt wird. Also auch hier ein wichtiges Thema. Und das eigentliche Thema, was ich erzählen wollte auf der Folie, ist eben dieses Box-Mox-Thema als siebter Hypervisor mit dazu, wo wir auch nun Online-Backup machen können und was unser Portfolio im Moment ergänzt auf sieben Hypervisor. Weitere sind tatsächlich auch schon in der Planung. Das wird hier noch weitergehen, ganz klar. Und unser Ziel natürlich auch immer, über ein einheitliches Look and Feel bei uns im GUI oder im Web-UI hier den Restore und die Konfiguration und so weiter zu gestalten. Ja, zum Thema Box-Mox. Es ist tatsächlich eine sehr einfach zu bedienende Virtualisierung mit einer schönen Oberfläche. Box-Mox ist eine österreichische Firma. Es basiert auch wirklich auf KVM, QEMO, wie quasi die Red Hat-Virtualisierung genauso. Ist da sehr, sehr ähnlich. Aber ist sehr mächtig. Kann genauso als Cluster laufen, das Ganze. Und wenn man sich die Funktionalitäten so ein bisschen anschaut, wir können das alles wegsichern. Die haben auch noch so eine Art Container-Verwaltungsoberfläche mit dabei. Wir sichern auch diese spezifischen Box-Mox-Themen, dieses LXC, quasi eine Datenbank, wo diese Templates drin liegen für diese Container. Die sichern wir auch alle mit. Insofern haben wir da auch wirklich eine sehr, sehr umfassende Lösung und nutzen alles, was dieses Box-Mox-API tatsächlich hergibt. Ja, und der Restore eben auch aus dem GUI oder auch inkludiert in unseren Self-Service-Restore-Wizard, unser Web-UI, auch da der Restore von Box-Mox möglich. Ja, hier sieht man den Anwahlpunkt, den wir neu generiert haben. In unserem GUI, um hier Backup-Tasks für Box-Mox anzulegen. Als nächstes hier ein Snapshot für unseren Citrix Single-File-Restore. Was macht der? Wozu braucht man den? Normalerweise hat man bisher komplette VMs zurückspielen müssen. Auch wenn man nur vielleicht an ein einzelnes File dran wollte, hat man trotzdem eine komplette VM rücksichern müssen. Und wenn man mal so eine Terabyte VM rücksichert, dann weiß man, das kann je nach Netzwerkumgebung und so schon eine gewisse Zeit dauern. Insofern ist der Trick hierbei, wie ja schon in VMware und in Hyper-V und so, schon länger verfügbar auch, dass man einfach die virtuellen Disks aus dem Backup mountet an eine Proxy-VM und dann da drin browsen kann, wie wenn es ein File-Backup wäre und sich einzelne Files raussuchen kann. Und dann werden eben nur diese einzelnen Files restored und nicht die komplette VM. Insofern ist der Restore deutlich schneller und einfacher, weil die zu übertragende Datenmenge natürlich viel geringer ist. Ja, mir ist jetzt auf die Schnelle tatsächlich keine unserer Marktbegleiter bekannt, die diese Funktionalität mit drin haben. Insofern würde ich es jetzt erstmal als Unique Selling Point bezeichnen und ich lasse mich da gerne noch eines Besseren belehren. Aber ich denke, da sind wir tatsächlich vorne mit dabei, was ja Citrix Backup und Restore angeht. Ja, VMware Sandbox Restore, das ist tatsächlich eine Funktionalität, die sich direkt aus Projekten ergeben hat. Diese Anforderung eben VMs in abgeschottete Umgebungen zurückzusichern. Warum sollte man das tun? Naja, ganz einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel eine VM rücksichere und dann aktiviere und die hat von mir aus die gleichen Netzwerkumgebungen, gleiche IP-Adresse und so weiter, dann gibt es gewisse Überschneidungen und kann auch wirklich Probleme machen. Oder wenn das jetzt ein Test ist, den man mit einer VM machen möchte oder vielleicht will ich gucken, ob da ein Virus drin ist, dann bin ich vielleicht auch froh. Das ist eine abgeschottete Umgebung. Also insofern ist es wichtig, einzelne VMs in abgeschottete Netzwerksegmente zurückspielen zu können, dass sie keinen Schaden anrichten. Und wir haben das auch so konfiguriert, dass man quasi mehrere VMs in die gleiche Sandbox zurückspielen kann. Das mag auch in manchen Fällen Sinn machen. Und insofern können wir also in den Projekten, wo das gefordert war, dann eben auch jetzt diese Funktionalität bieten. Ja, ist auch ein Sicherheitsthema natürlich, gerade wenn es um diese Ransomware-Themen geht. Viren hier abzuschotten, ist niemals eine schlechte Idee. Ja, jetzt das Look and Feel von unserem GUI und dem WebUI. Zu Anfang muss man natürlich erwähnen, dass wir hier jetzt auf Java 11 aufsetzen, die neueste Version von Java. Und natürlich ganz, ganz wichtig, jetzt auch in unserer Support-Matrix mit aufgenommen haben, das OpenJDK 11, egal ob das jetzt von Red Hat oder von IBM ist oder so. Aber wichtig, bisher haben wir ja auf dem Original-Java-Kit von Oracle basiert. Und wie ihr vielleicht alle wisst, hat Oracle seine Politik da ein bisschen geändert, seine Business-Politik. Das heißt, wenn man Oracle Java im Business-Umfeld nutzen möchte, dann ist das nicht mehr frei, sondern muss da heute dafür eine Gebühr bezahlen. Insofern besteht natürlich der Wunsch von ganz, ganz vielen Kunden, jetzt statt dem Oracle Java eben das OpenJDK zu verwenden. Und deswegen haben wir uns da jetzt massiv ins Zeug gelegt, um unser GUI auch hier bereitzustellen für OpenJDK. Ganz, ganz wichtig. Ja, hier jetzt dann ein bisschen Hardcopies auf unser neues GUI. Das ist jetzt das Bild, was jedem wahrscheinlich einträglich bekannt ist, unser altes GUI. Sicher gibt es da immer die eine Seite, die sagt, ist vielleicht ein bisschen old-fashioned und die andere Seite sagt, oh, schön, klasse, bunt, logisch, alles toll. Letztens war ich bei einem Kunden, der hat gesagt, ja, sieht teuer aus. War jetzt ein Kommentar, den habe ich so noch nicht gehört. Jedenfalls war trotzdem der Bedarf da, hier ein bisschen was zu tun und was zu ändern. Und insofern ist das neue Design jetzt mit neuen Icons in allen Dialogboxen und Übersichten hier jetzt quasi nur so die Einstiegsseite, wo man die Shortcut-Liste oben sieht und die einzelnen Menüpunkte von der Hauptauswahl. Ja, der Hauptgrund für das ganze neue Layout und die neuen Icons ist natürlich das Thema hochauflösende 4K-Bildschirme heute. Schon wenn jemand einen neuen Laptop kauft, hat er heute einen 4K-Bildschirm, 4K-Auflösung mit dabei. Und wenn man da unser altes GUI betreibt, dann reicht eine normale Brille als nicht mehr aus. Da braucht man dann schon eine Lupe, dass man überhaupt was lesen kann. Und dieses Thema mussten wir natürlich angehen, dass nicht jeder seine Auflösung umstellen muss an seinem Bildschirm. Und insofern haben wir hier jetzt die Icons quasi separiert, skalierbar gemacht. Und das Ganze kann sich jetzt anpassen an die 4K-Auflösungsthematik. Das ist der Hauptgrund, warum wir das Ganze hier auch angepasst haben. Aber natürlich moderne Style, und vereinfachte Abläufe, ein bisschen neu organisierte Dialogboxen und so weiter. Sowas schadet natürlich nie, wenn man die ganzen Prozesse so ein bisschen auf den Prüfstand stellt und da Verbesserungen reinmacht. Ja, hier so einige Details. Will ich gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Ja, das 4K-Thema steht hier schon ganz dick. Wichtig vielleicht unten noch ein paar Reporting-Themen, auch für MSPs. Das zeige ich aber einfach nachher in der Live-Demo nochmal. Dann sieht man das auch, wo man sowas wiederfindet jetzt im GUI. Ja, hier auch so ein bisschen die Übersicht, die Data Stores, wo wir auch dann neue Grafiken eingebaut haben. Man sieht hier relativ schnell den Füllgrad von den Data Stores. Wir haben hier neue Menüpunkte eingebaut, um die Ansichten auch schnell zu ändern, von der Tabellenansicht in die Baumansicht oder andere Möglichkeiten, andere Ansichtsmodi, die wir hier eingeführt haben. Und insofern hat sich da an der Stelle, wie sich die Information darstellt, sodass man auch schnell mit einem Blick die wichtige Information findet, hat sich schon einiges getan. Also da haben wir auch viel auf unsere Partner und Kunden gehört, wie die sich das gerne wünschen und haben das dann auch extra so eingebaut, dass wir natürlich flexibel wissen, dass nicht wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, sondern meistens sind die Kunden, die damit im echten Leben arbeiten müssen, die die richtigen User-Szenarien haben. Und dafür muss die Software natürlich geeignet sein. Ja, man sieht hier, dass wir das auch übernommen haben, gleich ins Web-UI, ins Dashboard. Hier auch die entsprechenden Grafiken, sodass das immer so ein bisschen in Sync ist, das Ganze. Das ist natürlich ein bisschen Parallelentwicklung, aber auf jeden Fall notwendig, denn der eine guckt im GUI, das ist der Administrator, der andere guckt im Web-UI. Das ist vielleicht eben der Anwender, der über seinen speziellen Login die entsprechende, erst die Authentifizierung hat und dann vielleicht eben auch die entsprechende Autorisierung, nur bestimmte Disk-Storages zu sehen. Das ist das ganze Thema Multi-Tenancy-Permissions für bestimmte Daten oder Funktionen, die man ausführen kann, was wir ja mit der CROLA-Version auch schon eingebracht haben. Auch der Rücksicherungsassistent hat sich massiv ausgeweitet. Das zeige ich also jetzt dann auch in der Live-Demo dann noch ein bisschen. Wenn man hier schaut, was CROLA da geboten hat, das war wirklich nur ein erster Wurf. Er konnte tatsächlich nur File-Restore, einzelne Dateien und Verzeichnisse. Das sieht ein bisschen leer aus. Also ganz so hat es sich nicht dargestellt, aber um zu zeigen, was da in BeFollow dazugekommen ist, blende ich einfach die restliche Funktion ein und dann sieht man schon, ja, hola, da ist jetzt tatsächlich was da. Wir können jetzt unsere ganzen Hypervisor rücksichern. KVM kommt jetzt im nächsten Schritt nach noch, aber sonst auch schon Proxmox hier mit drin, dass wir direkt hier im Web-UI auch Proxmox-Restore machen können und Copano eben auch schon als erste Groupware-Anwendung. Aber das wird sich sukzessive erweitern. Da sind wir ganz heftig am Werkeln tatsächlich. Da kommen jetzt dann mehr Funktionen, Datenbanken und so weiter und wird sich dann sukzessive vervollständigen. Ich meine, mit dem File-Restore, da hat man ja denke ich schon 70, 80 Prozent der meisten Fälle mit erschlagen. Trotzdem ist natürlich das Rücksichern von einzelnen VMs und so auch ein ganz wichtiges Thema. Und dann kommen weitere Spezialthemen eben auch. Ja, hier noch ein Thema, wo ich wirklich froh bin, dass wir da jetzt einen ganzen Schritt weitergekommen sind. Die meisten Anwender, ihr werdet es alle kennen, das ist das Format, wie bisher die E-Mails verschickt wurden, die Notification-E-Mails. Wunderbar, schön, ASCII hier mit, ja, vielleicht ein View, wie man denkt, vor ein paar Jahren aktuell war. Da war immer der Wunsch da, hier ein bisschen schöneres Layout zu haben. Mit Crola hatten wir ja schon eine HTML-Engine mit eingebaut. Das Rhythm, was bei uns drin ist, mit dem man HTML-Reports generieren kann. Ja, wir hatten das auf den Client-Reports schon ein bisschen mit drin, haben jetzt aber uns tatsächlich drangesetzt und diese HTML-Engine benutzt, um hier weitere Reporting-Templates zu generieren, die dann eben auch in Mails als HTML-Mail verschickt werden kann. Die haben wir jetzt auch als Default schon eingestellt, so, dass heute die Mails mit der neuen Version endlich, möchte ich sagen, etwas gefälliger aussehen. Man sieht auf einen Blick an den Farben dann schon, okay, oh holla, hier ist alles rot. Da muss was passiert sein. Man sieht hier Backups with Arrow 1 und dann ist oben die Leiste rot und man weiß sofort, da muss ich ein bisschen genauer hinschauen. Und wenn es grün ist, lasse ich es weitergehen. Also das ist jetzt nur ein Auszug. Das geht weiter unten noch weiter. Wir haben mehrere unterschiedliche Templates generiert, ja, ganz verschiedene Templates, die man auch teilweise selber aktivieren kann oder sogar, wer sich da noch ein bisschen auskennt, auch anpassen kann oder die Königsdisziplin ist natürlich eigene Templates zu generieren, HTML-Reports nur für meine Oracle-Backups und einen anderen HTML-Report nur für meine MS SQL-Backups und solche Wünsche, die sind ja vielfältig und das ist mit so einer flexiblen Engine sehr, sehr mächtig und natürlich alles möglich. Ja, bezüglich Multi-Tenancy, wir haben auch noch eine Änderung gemacht bei der Active Directory und LDAP-Konfiguration. Da war also es bisher nur möglich, quasi ein einzelnes Active Directory und ein einzelnes LDAP-Directory einzubinden. Es hat sich herausgestellt, dass das in der Realität tatsächlich nicht ausreicht. Es gibt doch Konfigurationen, wo auch verschiedene Standorte eigene Active Directory-Domain-Controller haben und insofern besteht oder bestand auch die Notwendigkeit, hier mehrere Active Directory einzubinden und mehrere LDAP-Directories, parallel alles und das ist jetzt möglich und damit ist es möglich eben viel, viel flexibler und granularer auf unterschiedliche Konfigurationen bei den Kunden einzugehen. Ja, einfach mal noch so ein bisschen einen Ausblick, wie es denn weitergehen soll. Also wir sind im Moment tatsächlich noch in der Beta-Phase und uns sammeln noch das ganze Feedback der Beta-Kunden ein. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig, denn wir wollen natürlich, dass die Qualität entsprechend stimmt und insofern werden wir dann jetzt in die Endphase gehen und definitiv diesen Monat diese Version freigeben. An Funktionen sind dann natürlich die Sachen hier enthalten, worüber wir jetzt schon die ganze Zeit gesprochen haben. Aber die Planung für Herbst, Q3, irgendwann dann ein Service-Pack rauszubringen, wo es auch noch wichtige Funktionen gibt, wo man tatsächlich wissen muss, also wir sind hier gerade dabei zu schauen, dass wir das Nutanix-AHV-Thema, also mit dem Acropolis-Management-Interface hier mit einzubauen. Nutanix mit VMware oder mit Hyper-V ging ja die ganze Zeit schon, denn das sind die Standard-Interfaces. Nutanix-VMware kann man einfach unseren VMware-Agenten nehmen, der nutzt das wie Storage-API, das steht zur Verfügung und da haben wir auch Kunden, die das genauso einsetzen. Ja, bei Nutanix-AHV, da ist zwar ein KVM drunter, jetzt haben wir ein schönes KVM-Modul, ist leider in dem Fall nicht nutzbar, sondern Nutanix-AHV hat ein eigenes Backup-API und deswegen müssen wir quasi einen komplett neuen Agenten dafür entwickeln. Ist natürlich ein bisschen Arbeit, kann man sich vorstellen, aber wir denken, das ist wichtig. Diese Hyper-Converged-Lösung und in diesen Markt auch hier reinzugehen, ist dann für uns ja im Grunde der achte Hypervisor, der unser Multi-Hypervisor-Angebot dann auch vervollständigt und insofern Open-Source passt in unsere Strategie, ist jetzt dann auch SAP-zertifiziert, passt in unsere Strategie, Multi-Hypervisor ist unsere Strategie, also eigentlich alles gut, dass SAP sowas auch unterstützt. Ja, dann haben wir das Thema, mit dem Catalyst hier auch weiterzugehen. Mit BFLO können wir jetzt schön Backups und Restore vom Catalyst machen oder auch die Backups wieder löschen, wenn die Retention-Zeit abgelaufen ist. Mit dem nächsten Service-Pack werden wir dann Catalyst-Copy mit rausbringen. Das bedeutet, wir können dann auch die Store-Ones replizieren lassen und über das Catalyst-API und was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, die Backup-Software kennt diese Replikate, diese Backup-Kopien und wir können dann auch direkt davon wieder ein Restore machen, weil eben die Backup-Software-Kenntnis von diesem Replikat hat. Auch eine wichtige Funktion, wenn man hier mehrere Store-Ones an unterschiedlichen Standorten hat und die Daten hin und her repliziert. Und dann das Thema Cloud-Banks, quasi die Funktionalität, um aus der Store-Ones in die Cloud ein Replikat abzulegen über S3 oder auch Azure oder solche Themen, ist im Prinzip sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir anbieten mit unserer eigenen Detuplizierung. Wie ihr alle wisst, können wir S3, Detube-Store, Sidecroller auch schon über S3 ein Replikat in AWS ablegen zum Beispiel oder auf jedem Software-Defined Storage, der jetzt zum Beispiel SEV-basiert ist und da auch eine S3-Schnittstelle anbietet, ein SUSE Enterprise Storage zum Beispiel, sodass wir da auch Replikate ablegen können und ist hier sehr, sehr ähnlich, wie die Store-Ones das tatsächlich macht. Dann das Thema MS SQL, Always On. Je mehr man in das Enterprise-Umfeld reingeht, desto wichtiger wird es, dass man eben nicht nur Active-Passive unterstützt, sondern auch Active-Active und das ist das, was wir dann da einbauen. Das wird eine Funktionalität, die sehr, sehr ähnlich ist zu dem, wie wir heute schon das Exchange-DAG-Backup machen, also die Data Availability Groups, wo man genau sagen kann, hey, ich möchte von dem Knoten ein Backup machen. Was tue ich denn, wenn der Knoten nicht verfügbar ist? Möchte ich auf den anderen Knoten gehen? Oder eben diese unterschiedlichen Konfigurationsfunktionen für das Backup von so Active-Active-Cluster. Und das wird hier sehr, sehr ähnlich sein zu dem, was wir mit Exchange haben. Das Thema HANA Housekeeping, auch vielfach gefordert, ein echtes Hype-Thema im HANA-Umfeld. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es einen Backup-Katalog. Natürlich die Backup-Software hält einen Katalog. Wir wissen, welche Backups wir gemacht haben und wann die auslaufen und wo sie liegen und so weiter. Aber HANA hält auch einen Katalog, denn über das Backend-Interface unterhält sich ja die Backup-Software mit dem HANA-System. Und HANA triggert auch die Backups und weiß dann ganz genau, wann welches Backup gemacht wurde. Was sie leider nicht wissen ist, wann die Backup-Software ein Backup gelöscht hat. Denn wir warten einfach nur drauf, wann die Retrenion-Time abgelaufen ist und dann löschen wir das Backup hinten weg. Und deswegen muss man natürlich dem HANA sagen, hey, Backup ist gelöscht und dann wird es auch aus dem HANA-Katalog gelöscht und dann sind beide Kataloge synchronisiert quasi. Haben wir das Thema hier, Client-Update aus GUI. Das ist tatsächlich was, wo ich sagen muss, da hören wir auf unsere Kunden. Das ist vielfach gewünscht, dass man wirklich ganz, ganz einfach diese Clients updaten kann. Das heißt, wir werden eine Funktion anbieten, wo man eben in einem Menü mit einem Klick dann alle Clients in der Umgebung updaten kann. Wunderbar einfach, sehr komfortabel. Wir haben jetzt schon eingebaut, dass man bei Clients neue Statis sieht, dass man zum Beispiel sieht, wann ein Client upgedatet werden muss, dass der nicht mehr aktuell ist und solche Sachen. Da haben wir viele neue Ereignisse eingebaut in der Oberfläche. Aber dieses Client-Update aus dem GUI macht natürlich vieles einfacher. Ist auch vielfach der Wunsch der Kunden gewesen. Trotzdem ist es natürlich definitiv nicht für alle Kunden, denn wenn man so ein bisschen ans Enterprise-Umfeld denkt, da wird das nie irgendjemand machen, denn da ist es wichtig, dass man die Updates ins Repository holt und dort gewisse Tests macht, dass die auch wirklich funktionieren, dass die sauber sind und dann erst alles ausrollt in der eigenen Umgebung. Da haben ja vielfach nicht mal die Clients irgendeinen Zugriff ins Internet. Also das sind ganz andere Verfahren. Und da wäre so ein Client-Update automatisch für alle Clients ein Update aus dem Internet. Das wäre ja eine Katastrophe. Also da gibt es immer ganz viele Sichtweisen, aber wir haben das dann verfügbar und jeder kann das nutzen, der das möchte und der es einfach gestalten möchte. Auch der Single-File-Restore, ja, KVM und REF, da natürlich Citrix-Hypervisor sehr, sehr ähnlich ist als Open-Source-Tool. Zu dem, wie dieser Hypervisor das machen, werden wir diese Funktion dann auch übernehmen für diese Hypervisor und ich denke, das ist auch eine Art Unique-Selling-Point. Wüsste jetzt nicht, dass andere Software sowas mit drin haben. Also das ist dann auch eine super Sache, wenn das dann mit dabei ist. Autorisierung von einzelnen VMs ist auch wichtig für MSPs, dass man hier VMs mit separaten Permissions versehen kann, unterschiedliche Autorisierungen, sodass dann die VMs auch einzelnen Kunden zugeordnet werden können und die selber ihre Restores machen können, auch nicht nur von den Daten, sondern auch von den VMs selbst, ja. Und zuletzt dann das Thema automatische Proxy-VM. Stand heute muss man ja im Sesam eine Proxy-VM anlegen, eine für Linux, eine für Windows, wenn man die Betriebssysteme hat, sodass die passenden Filesysteme an die Betriebssysteme attached werden können. Und dann sucht man sich die entsprechende Proxy-VM aus und daran wird gemountet und ich kann mein Single-File-Restore machen. Kunden wünschen sich natürlich mehr automatische Dinge, das heißt, die Proxy-VM soll automatisch angelegt werden, wird als irgendein Image irgendwo runtergezogen, das Image ist dann die VM und daran wird gemountet und nach dem Brausen und Restore wird dann die Proxy-VM wieder entsorgt. Muss man natürlich danach schauen, dass entsprechend Ressourcen in der virtuellen Umgebung frei sind und, und, und. Ja, jetzt natürlich zu guter Letzt noch der Hammer, das heißt, wir als SAP bieten eine Lösung für nicht nur Office 365, sondern eben für mehrere Cloud-Lösungen an. Es ist ja tatsächlich so, wenn man mit den Kunden spricht, zum einen ist Office 365 tatsächlich was, wo viele Kunden hingehen, auch wenn man das Cloud-Thema im Allgemeinen manchmal, insbesondere in Deutschland vielleicht ein bisschen zwiespältig ansieht, aber Office 365 ist ein Thema, auch entsprechend gepusht von Microsoft, was sich stark ausbreitet. Insofern sind die Anforderungen der Kunden da und da sind natürlich wir auch als Backup-Hersteller gefordert, hier eine Lösung dafür zu bringen. Das ist eine umfassendste Lösung für Office 365. Wenn man da mal bei unseren Konkurrenten so ein bisschen schaut, die alle schreiben, oh, wir können Office 365, dann guckt man tiefer, dann ist es manchmal nur Exchange Online und dann ein bisschen dürftig, aber hier die Lösung, die kann dann tatsächlich auch SharePoint und Public Folders und Teams und Groups und OneDrive und was es da alles so gibt, kann alles mitgesichert werden und ist da sehr, sehr gut. Ja, man muss sich klar machen, die meisten denken, oh, ich habe das alles bei Microsoft und die kümmern sich dann auch um das Backup. Es ist tatsächlich nicht so. Die heben vielleicht gelöschte Mails mal ein paar Tage auf, aber es gibt da keine SLAs oder sowas. Insofern muss man sich tatsächlich als Kunde selber drum kümmern, die Daten vielleicht doch noch mal nicht nur bei Microsoft, sondern noch irgendwo anders zu lagern und wir haben hier eine Cloud-to-Cloud-Lösung. Das bedeutet, wer in Office 365 geht, hat sich eh schon für die Cloud entschieden und dem ist natürlich dann sehr recht, wenn er seine Daten von einer Cloud in eine andere Cloud bewegen kann, um dort hier eine weitere Kopie zu haben. Ja, wie sieht es heutzutage so ein bisschen aus, wenn man seine Daten mit Office 365 verwaltet? Da gibt es einen Teil, für den Microsoft natürlich gerade stehen muss. Hier alles, was jetzt Hardware oder Hardware-nah irgendwie sich noch bewegt, aber hier oben alles, was Kundenthemen sind, Benutzerdaten, die Administration, da muss er eingreifen, das muss der Kunde selber anlegen, der muss sogar noch seine Mails selber schreiben und so weiter. Das sind alles die Daten weiter oben. Ja, und insofern ist natürlich auch für das Backup ein gewisser Gefahrenbereich hier auch auf Kundenseite, für den Microsoft sich nicht verantwortlich zeichnet und insbesondere sind es natürlich ja menschliches Versagen, wenn ich, oh Mist, ich habe mir aus Versehen eine E-Mail gelöscht, da kann Microsoft natürlich nichts dafür, aber nichtsdestotrotz bin ich dann froh, wenn ich ein Backup habe und mir diese E-Mail wiederholen kann und genauso auch die ganzen Themen wie Ransomware, Hacker, Viren und so weiter oder ja, Microsoft Office 365 Cloud ist befallen oder verdoppelt die Preise und ich möchte raus oder so. In jedem Fall bin ich froh, wenn ich eine Kopie der Daten irgendwo anders da noch zur Verfügung habe. Ja, und was wird gesichert? Ich habe es schon ein bisschen erwähnt, also das ist sehr, sehr vollständig, sieht man hier schon an den Funktionen, gehe ich gar nicht mehr im Einzelnen drauf ein, dass das alles gesichert wird, aber darüber hinaus natürlich noch und das ist ein echt cooles Add-on, muss ich sagen, wer jetzt nicht SAP nutzt, sondern sein CRM-System über Salesforce in der Cloud nutzt, also Salesforce als Cloud-Applikation, dann auch das können wir sichern von Cloud zu Cloud und auch da wird vollständig alles gesichert, was es hier in dem CRM-Umfeld bei Salesforce alles so gibt und das gleiche gilt genauso für G-Suite, auch dafür ist die Lösung geeignet und kann hier auch alles mitsichern, was es da drin gibt. Das jetzt nur so ein bisschen als Vorab-Info, da das ganze Thema noch so frisch und so neu ist, sind wir im Moment dabei, hier das alles aufzuarbeiten, Marketing-mäßig, preismäßig, Preismodelle, Lizenzen und so weiter und da wird es mit Sicherheit demnächst auch weitere Webinare geben, wo wir das dann auch live zeigen, wie das funktioniert, also da kann ich euch jetzt schon bitten, lest euch unsere Newsletters durch, damit ihr dann auch tatsächlich das mitkriegt, wenn da die entsprechenden Webinare stattfinden. Jetzt habe ich viel gesprochen, möchte noch mal kurz in die Live-Demo gehen, dass man auch noch mal ein bisschen was sieht, also das hier haben wir ja schon in dem Snapshot in der Folie gesehen, aber wie tief diese neuen Icons gehen und das neue Layout zeige ich jetzt einfach mal an einem Beispiel hier, die Tasks by Clients, ja man sieht hier schon, dass Teile neues Layout haben, ja ist alles frisch, aber hier war bisher immer nur der Tree View sichtbar, also ich kann mich dann da durchhangeln und dann habe ich irgendwo unter den Knoten meine Rechner und da drunter sind dann die Backup-Tasten. Jetzt sieht man schon hier, dass wir quasi den Table View und den Tree View kombiniert haben, das bedeutet, wir haben hier zusätzliche Informationen, man sieht hier bei dem Server unterschiedliche Spalten, man sieht schon, dass es ein Windows-Server ist, man sieht hier bei dem Task, was für ein Typ das Ganze hat und die Source, das heißt, wir haben jetzt über die Tabellen gleich Zusatzinfos, ja wenn wir mal da irgendwo reingehen, wo es mehrere Backup-Tasks gibt, ja da sieht man dann natürlich sofort, ja jetzt, das ist ein SQL-Task, das ist ein DB2-Task, ein Path-Backup und so weiter, ist hier alles gleich mit sichtbar und ich kann natürlich auch noch weitere Spalten hinzunehmen und viel Information mit reinbringen, also das ist diese Kombi aus Tree View, Baumstruktur und Table View, was jetzt alles in einem ist und einem auf einen Blick die wichtigste Information gibt, aber auch wenn man hier auf die Listeübersicht geht, ja auch da haben wir natürlich jetzt diese Grafiken eingebaut, so dass man sofort sieht, was für ein Typ ist das, kann auch entsprechend Filtern und so weiter, also auch da hat es viele neue Möglichkeiten gegeben und neue Icons, auch hier bei den Data Stores, oh ich sehe gerade, ich habe hier das englische GUI laufen, ich hoffe, das ist jetzt kein Drama, ich erkläre ja immer alles, was passiert, auf Deutsch schön mit dazu, hier die Übersicht der Data Stores und da haben wir hier jetzt zum Beispiel auch so ein paar Catalysts, Store Ones Data Stores angelegt, ja da kann ich draufklicken, schauen wir mal die Properties an und dann sehe ich auch welche Safe Sets wurden denn da drauf gespeichert und auch hier hinten sehe ich komplett den Status dieser Store Ones, ja 18 Objekte sind dort, wir haben hier eine Detop Rate gerade von 1 zu 8,9, ja so und so viele Daten sind gespeichert, also hier die Infos, die wir direkt über den Catalyst von der Store Ones auslesen, werden dann hier auch angezeigt, hier muss man die Credentials angeben, das sind Dinge, die man in der Store Ones Konsole anlegt und dann eben hier auch übertragen muss und da angeben muss. Ja, so sieht das Ganze ein bisschen aus, jetzt wollen wir noch kurz, gehen wir mal über das Dashboard da rein, ja das Dashboard jetzt hier, das haben wir schon gesehen, dass das ein bisschen neu, auch hier unten, das waren vorher solche Peaks, jetzt haben wir hier diese eher diesen Column View hat sich auch so ein bisschen geändert, das Ganze, also da ist einiges, wo wir es geändert haben. Jetzt gehen wir mal hier in den Restore Wizard und wir haben das tatsächlich mit mit Crawler noch gar nicht so richtig groß gezeigt, wie das funktioniert, aber da hat sich schon ganz viel getan, gucken wir gerade mal so ein bisschen durch, wie es hier bei VMware aussieht, ich suche hier meinen WSphere Server, ja dann habe ich hier meine VMs, suche mir jetzt irgendeine VM aus und mach mal Next und dann habe ich hier weitere Optionen, kann hier nur die Konfiguration oder meine VMDKs aussuchen, die ich hier exkludieren oder sichern möchte und kann hier dann auch weitere Funktionen angeben, will ich das unter einem neuen Namen zurückspielen und überschreiben oder nicht überschreiben und habe dann auch hier noch also ganz viele Optionen, die jetzt alle in dem Web UI abgebildet sind, hier Spezialfunktionen, den ESX Server angeben oder hier die Network Interfaces, wo ich dann für meinen Sandbox Restore ein bisschen was angeben kann, das sind die Themen, die jetzt alle da neu dazugekommen sind, ja und hier zum Schluss dann noch ein Überblick quasi, was man alles selektiert hat um hier ein Restore zu machen, ja die VMD ist ein bisschen groß, das weiß ich, gehen wir mal kurz ein bisschen zurück, möchte nämlich noch ganz gern was tun, um so ein bisschen das Log File Handling zu zeigen, ja da gehen wir mal noch kurz auf den File Restore, also da sieht man hier die Servers, also man sieht doch schon wie das Web UI eigentlich ganz schön handhabbar, klickbar ist, intuitiv, suchen wir mal den Backup Server aus, das Ganze ist hier nicht mal eine Demo Umgebung, das ist eine Test Umgebung, wo ich tatsächlich schauen muss, was genau ich da tue, um niemanden was zu zerstören, jetzt haben wir hier den Backup Server, das ist die GUIFIX64, mit Next gehe ich weiter, jetzt suche ich mir mal irgendein einfaches Backup aus, das Test Backup hier, das sieht man, da gibt es mehrere Backups und ich weiß jetzt, dass dieses auf diesem Media Pool, das ist ein Backup, das liegt auf der Store Once, das wurde über den Catalyst gespeichert und auch da können wir dann mit Next hingehen, können uns durchhangeln, suchen uns einfach mal irgendwas raus, wenn dann da irgendwann ein paar Dateien kommen, irgendein File, wo vielleicht nichts schief gehen kann, hier mal so ein Bug-File, das müsste eigentlich gehen, gehe ich mal weiter, dann sage ich, create a new version, um sicherzustellen, dass ich wirklich nichts überschreibe und niemanden was zerstöre, sage ich, habe ich hier noch die Optionen, restore to original path, oder ich könnte auch woanders dahin zurücksichern und habe hier wieder meine Übersicht und starte einfach mal den Restore und dann sieht man sofort, wie das hier losläuft und auch der war jetzt wirklich schnell, das war tatsächlich was ganz Kleines, kann ich, kann ich jetzt neue Restore-Tasks anlegen oder ich kann alle Restore-Tasks mir anschauen oder auf den einzelnen hier direkt schon drauf klicken, sehe ich so ein bisschen Überblick über die Metainformationen oder was ich eigentlich noch viel cooler finde, ist, ich kann hier send support request by mail, dann werden die die wichtigsten Log-Files zusammengepackt und an Support geschickt, wer das aus der Vergangenheit kennt und ein Case aufmacht, dann kommt erst die Mail zurück, ach ja, schön, bitte schicken Sie doch erstmal die und die Log-Files und suchen Sie sich das und das zusammen und so weiter, das wird hier jetzt tatsächlich automatisch gemacht und das finde ich ist echt schon was sehr, sehr Schönes. Wir haben dann hier show log-file im Tab, dann sieht man das hier auch und auch hier jetzt der Main-Log oder der SMR-Log hier, ein bisschen detaillierter das Ganze und ich kann hier unterschiedliche Ansichten oder hier das Ganze runterladen, mir irgendwo hin, ich kann das Ganze zippen, als Archive irgendwo hin, also habe da auch viele, viele Möglichkeiten mit den Log-Files zu arbeiten und dann tatsächlich hier auch mitzugucken bei den Log-Files, ja, die haben gewisse Refresh-Raten, die man auch einstellen kann, sieht man immer ganz genau, was gerade beim Restore oder beim Backup dann auch passiert. Ja, das ist so ein kurzer Einblick hier über die neuen Funktionen, sind ja nicht aus der Welt, sales at sap.de und dann versuchen wir alle Fragen zu beantworten, bleibt mir nur noch einen schönen Nachmittag zu wünschen, herzlichen Dank für die Zeit und schönen Tag noch. Tschüss.